also irgendwas passiert hier das buch die dinge ein ich bin jetzt hier bei dem dem hier leider keine other stones mehr sonst hätte ich hier das ritual ding komplett fertig gemacht und jetzt jetzt ist da was rausgekommen und zwar wer ist das kann ich mit dem reden was ist das was bringt der ja okay gut steht halt hier rum ist das not it any items okay jetzt muss ich auch noch mal so ein buch bauen oder was sacrificial buch steht doch hier auch bestimmt dabei und zwar hier in den getttings dann machst du da hier läuft doch was rum da da läuft was rum was unsichtbar ist ein unsichtbarer wandering trader was gibt er denn passfinders passfinders quill oder ein void totem so was brauche ich nicht ich wollte hier noch mal gucken wie ich diese das da ich brauche nämlich noch von dem aber stone und das war anders ist einfach anders ist ins feuer werfen okay das kann ich machen heute ja gehen anders ist ins feuer werfen das ist aber jetzt hier habe ich noch habe ich nicht dann bleibt das feuer hier egal so anders sind und da kommen 128 nein dich doch nicht dich anders ist anders ist hier durchlaufen ich ganz viel anders ist mir fehlt noch zwei von denen so kann ich die jetzt nicht bauen dann eben nicht das weg und weg und wieder hin wie war das so wohl nicht leicht so auch nicht ah mehr slabs ok da kann ich nur einen bauen ok da brauche ich ja noch mehr slabs deshalb habe ich mich eben auch verrechnet ah zack 60 stück habe ich gemacht 60 man sollte nie mit shift bauen man auch nur zwei von den dingern schnell weg damit kohle kann weg was das ein plastik trinken helm wo habe ich den denn her äh ja sollte ich das das da stand doch das ist nix ja produziert dieses ritual ne genau aber hier kommt auch keine viecher an ne doch da ist ein schwein oh nicht da durchlaufen junge nicht da durchlaufen ok dann kommen aber hier auch monster ich müsste hier mal ausleuchten eventuell weil nämlich jetzt kann ich hier mit dem butcher knife die kaputt schlagen und dann kriege ich tello mit tello kann ich seife machen was passiert wenn ich dich mit dem butcher knife kaputt schlage nix ok so meine zwei pedestal noch hinstellen da ein hin und da ein hin und was kann ich jetzt mit dir machen kaputt schlagen oder sonst irgendwas gebracht immer noch mal was brauchte ich noch silber eisen kupfer und gold silber eisen kupfer und gold und dann mache ich das ding nochmal aber ich habe ja gar kein buch mehr ne ah ah ich idiot ah silber eisen kupfer gold das ist alles möglich ne zink rosmium was ich nicht brauche kohle labes ich brauche silber gold habe ich kupfer habe ich silber brauche ich noch silber gib mir silber was das was mir eigentlich brauche silber da ist silber da ist silber ok gut ich brauche noch so ein buch ähm wie kriegt denn das buch so getting started mhm ja die googly eyes das ist jetzt erstmal nicht so wichtig wie habe ich denn das buch gekriegt ähm wo war das äh äh quests nee das würde ich bauen ne und dann brauchte ich in der mitte das buch genau das musste ich aus dem buch bauen und dann brauche ich nochmal so ein purified ink ok bedeutet auch nochmal ink ähm ja komm ink schmeiß ich hier rennen zack zack kommen die ganzen flächen raus nehme an die brauche ich öfters so ok ok was sind die flächen da dann das buch bauen ach nee brauche ich davon auch nochmal ein paar drei drei vier fünf okidoki ok ok وهنا ok 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 ja warte mal die weg auf beiden bringen ich gehe mal noch mal da hinten ist mir jetzt ja keine ruhe welche richtung es ist da hallo schweine ihr seid nur hier damit ich kaputt schlagen kann das ist euch schon klar jetzt mache ich das noch mal gold eisen silber und kupfer ich bin gespannt jetzt mit dem darauf drücke jetzt was anderes rauskommt jetzt habe ich ja hier so mehr an diesen dingern drum herum stehen blub 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 wenn ich das bauen will hier bräuchte ich quatsch 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 und dann krieg raus hook of binding chin ok book of binding chin ok ja mit mit green die das kann ja mal machen warte book of binding chin für das ding brauche ich book of binding chin ok habe ich das noch mal mit dem zusammen und ich habe das ok und ich musste entsteht da schon wiederum ok gut dann ist es so wie es ist so quatsch enderperle quatsch und enderperle ja ich lache nicht kein zauberer bin quatsch wort block immer die sachen brauche ich jetzt nicht mehr das auch nicht die candles auch nicht da habe ich viel zu viele gebaut das weg das weg das weg da kann ich später machen was raus das raus das raus gehen das raus so viel quatsch blöcke war es das schon glaube schon drei quatsch blöcke und eine enderperle so war das ja 123.000 ist doch nicht dein ernst oder machen wir jetzt mal ein bisschen zauberei hier junge verstehe ich da stehen bleiben wirst du dann umgewandelt wir werden sehen was passiert damit ich das so mal set up correctly if you are still unsaccessual was die sind alle immer da raus geh raus das bestimmt wird er da drin steht oder das ritual ist doch perfekt ausgerichtet oder wie sehe ich das da fehlte da noch irgendwas am rand geh doch mal da weg hau ab junge 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 den zieht es immer wieder hier drin geht es hier raus die zu den schweinen da gehörst du hin das ist aber kein schwein so hier steht alle ingrediens sind richtig eingegeben eine unknown ritual okay dass mein buch ist das andere buch hin wo ist das andere buch das buch hier warum geht das auch kaputt das 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 hätte ich gerne gebaut einmal kann ich die anpflanzen und ich nehme mal einen raus und versuche den irgendwie irgendwo an zu pflanzen hier irgendwo und ich brauche hier im moment nicht okay hohe zack kann ich dich anpflanzen oh ja weil von denen habe ich nicht mehr viele vielleicht sollte ich gleich mal gucken und alles anpflanzen ne demon dämon nach 139 jetzt jetzt nicht so wichtig gewesen aber wird hier angepflanzt so okay dann wieder zurück so und es geht halt immer noch nicht ja das buch das buch da ist es okay und zwar guck auf beiden dingen habe ich ja gemacht foliert haben wir schon verbraucht ne und da kriege ich meine folie die habe ich gemacht den guck auf den bound ja oder das oder guck auf beiden dingen oder was buch auf den bound was ich hier gebraucht habe ja warte so 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 Accato so so marshall so 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 Versuchen wir das nochmal anders. Moment.